So, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play You Mission. Heute kommt die letzte Mission von Furz 1.0. Eine kurze Nachricht, dann Furz 1.0 selber. Ich kann deine ENB-Series-Mod leider nicht spielen, weil mein GTA San Andreas immer abstürzt, wenn ich das einfüge und ja, deswegen ohne ENB-Series. Ich hoffe, du kannst es verstehen. Und ja, heute die Mission The Real Deal. Okay, sieht schön aus. Der Real Deal, der wirkliche Deal. Furz 110. Steig in deinen Wagen ein. Dieses Lied kommt mir bekannt vor. What the fuck? Okay. Dieses Lied hatte ich bei GTA Online gehört, oder? Ich glaube, bei GTA... Was geht mit den Autos schief? Ah, die verfolgen mich. Ach so. Jetzt wird alles klar. Ich habe schon gedacht, was das für Typen sind. Woher muss ich denn fahren? Oop, sorry. Oh, die Musik ist zu laut. Oh, die Musik ist zu laut. Okay, ich bin da. Wer noch? Ah, okay, mit den Triaden oder was? Warte auf deinen Auftraggeber. Warte auf deinen Auftraggeber. Fahr zum nächsten Pain Spray. Was ist gerade geschehen? Wir haben einen Deal gemacht und anscheinend sind die Bullen gekommen. Und die Triaden sind böse geworden oder was? Okay, jetzt habe ich noch einen Stern. Wow, wow, wow. Sorry, Bro. Ich fahre zurück zum Filmstudio. Okay. Dann fahren wir mal jetzt zurück zum Filmstudio. Die Musik ist lauter als das In-Game-Sound selber. Wieso fahre ich hier? Oh mein Gott. Das ist so ein Umweg, was ich gerade fahre. Oh mein Gott, ey. Ich muss mehr Autos fahren hier, ey. Ich habe so verlernt, ich konnte damals wie ein richtiger Pro. Erledige die Mafia, es sind keine Russen. Okay. Seid ihr bereit? Los geht's. Hm, ich habe eine viel bessere Idee. Kommt, steigt mal ein. Nein, 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 nein. Nicht einsteigen. Scheisse, ich wette mehr Gas geben soll. Hat wenigstens ein bisschen gebracht. Scheisse, ich wette mehr Gas geben soll. Das hat wirklich sehr viel gebracht. Du bist tot. The fuck. Okay, böse, 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 böse. Gut. Wurde da... Okay, der Bulle wurde überfahren. Das ist geil. Der ist da immer noch so. Geht doch. What the... Welchen Mafiosi muss ich denn noch töten? Der ist ganz schön weit weg. Steig ein, meine Kopplandis. Vorher, auf der Feddersch, mich versucht zu verhaften. Wen muss ich denn töten, der so weit weg ist? Okay. Muss ich jetzt wieder zum Treffen fahren, oder was? Mich interessiert es wirklich. Wieso muss ich jetzt dorthin fahren? Hat die... Muss ich nicht nur die Mafiosi töten, oder was? Anscheinend muss ich jetzt noch die... Wieso muss ich die töten? Hat... Ich... Es ergibt... Warte mal. Okay. Okay, einer tot. Der andere auch tot. Die hat einen ziemlich spannenden Deal ohne Wörter und so, ne? Ach, ich war... Ich weiß schon, was das... Was das schon sein sollte. Das sollte eher so... Geheim sein. So richtig, so special und so. Und ja, ähm... Ansonsten, die Mission war ganz okay. Und da... Das war auch jetzt das letzte Video für diesen Mittwoch. Und wir sehen uns dann zu meinem nächsten... Zum nächsten Mittwoch wieder mit mehr Missionen. Hoffe ich mal. Bis dann. Bis dann.